Ja, wir treffen dich dort. Gut, bis dann, Virgil. Ihr steht euch recht nah. Woher kennt ihr euch? Ist das wichtig? Ich würde gern wissen, an wessen Seite ich mein Leben riskiere. Also, er ist mein Bruder und versucht, die Welt zu retten. Was ist mit dir? Hör zu. Ich bat dich nie um Hilfe und du warst trotzdem für mich da. Ja, das bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen. Er hat mich gerettet. Ich war in einer Pflegefamilie. Mein Ziehvater war ein Dämon. Er ist fast jede Nacht auf mich losgegangen. Ich musste weg. Die Albträume. Keine Sorge. Ich habe nichts gespürt. Physisch konnte ich nicht entkommen, also fand ich einen anderen Weg. Ich bin als Geist Silus im Limbus umhergewandert. Dort fand ich Virgil. Er hörte meinen Hilferuf. Er hat mir geholfen, mit meinen Dämonen fertig zu werden. Den in mir und den um mich herum. Ich habe den Mistcoy getötet. Jetzt will ich den Rest aus dem Weg räumen. Du wirst doch bis zum Ende bei uns bleiben, oder? Er lasst dich drauf. Gut gemacht. Der Sucubus ist tot. Das hat Mundos Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk. Der Raptor News Tower. Von dort hat Mundos das Monopol über die Medien der Welt. Nachrichten, Werbung, Unterhaltung... Gedankenkontrolle. Ja. Und Überwachung. Sie bespitzeln die Bevölkerung mit all ihren Satelliten, Verbindungspunkten und Überwachungskameras. Ja, das habe ich schon bemerkt. Also was tun wir? Hä? Das Raptor News Network wird von einem Dämon geleitet. Bob Barbas. Bob Barbas ist ein Dämon? Also ist er nicht nur ein hirnloser Arsch. Und der steckt in dem Turm? Nicht der Turm. Der dort. Was? Im Limbus ist das keine Spiegelung. Es ist der echte Turm. Es ist ein Gefängnis, in dem Barbas grausam regiert. Dort gibt's keine Gnade und kein Entkommen. Bereite das Tor vor. Pat kann dir dort hier nicht folgen. Du bist auf dich allein gestellt. Allein ist okay. Sie hat schon genug getan. Aber dafür gibt's da keine Kameras. Gut. Dante, wir wissen nicht viel über diesen Dämon. Ich bin sicher, es ist ein ganz Lieber. Bis zum nächsten Mal. Schalkin. Bitte. endlich verstehe ich warum deine welt auf dem kopf zu stehen so erstmal gucken ob man hier irgendwo hin kann natürlich nicht so ich schwöre es gibt gleich irgendeinen geheimen weg wir hier doch ziemlich sicher oder nicht hier ist alles gut zu sein ich bin sehr misstrauisch das merkt man vielleicht ja 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 ich hasse diese element fort sich so krass aber alles machbar so was kommt jetzt hier guck mal, das kann ich auch ey, ich seh euch nicht, das ist unfair ihr außerhalb des Bildschirms seid als ob der CC immun ist, welcher Welt warum schtippt 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 Ja, ist gut, ist gut. Ja, ist gut, ist gut. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Und hier war jetzt nichts versteckter, was ist, glaube ich nicht. Das sieht mir alles sehr verdächtig aus. Scheint aber hier alles ganz schön legitim zu sein, ist alles gut. Ich glaube daran trotzdem nicht, weil ich habe bisher noch gar nichts so richtig gefunden. Ich glaube daran, wir versuchen es doch mal. Du hast Verbrechen gegen den heiligen Orden der Dämonen begangen. Mundus habt ihr gewehrt, mich lieben, damit ich nicht bekomme. Erfreue dich dieser Gabe des Lebens. Und hier kommen wir. Tschüssi. Ich bin deine Erlösung. Stelle dich deiner Erlösung. Stelle dich mir vor. Freue dich deiner Regierung, ohne sie zu hinterfragen. Denn sie ist ein Instrument deines Gottes Mundus. Die Wünsche deiner Regierung sind die Wünsche Gottes. Ich will mal drei oder viermal die ganzen Wege nachgucken. Wir können hier auch ordentlich Verbesserungen noch machen, ey. Guck dir das an. Nee, Knarre will ich gar nicht verbessern. Kann ich bei euch auch noch großartig machen. Das werde ich nie nutzen. Und euch nutze ich ja generell nicht. So, machen wir das. Dann werden wir das Spam. Dann werden wir Damage machen. Dann. Gegenstände. Hab ich gekauft und benutzt? Ich glaube, ich hab benutzt. Die Strafkolonie zu verlassen, wird mit 100 Jahren später qualenstaat. Unter der Decke kleben die. Und ja, ich hoffe jetzt was ganz Starkes, damit ich hier schon mal den Monen-Modus rausholen kann. Jetzt haben wir das, das ist gut. Arme Schweine. Oh ja. Oh ja. Das ist gut. gut gut easy game dämonen regeln der dämonen stelle ist OP und da hoch die Weltverkehrung 10 öffnet die Welt gleichzeitig mit neuen Augen verschwinden verschwinden hier kommt die Mami wir werden hier so drauf gehen naja ich muss positiv jetzt immerhin nicht diese diese wie heißt das Elementviecher ja also da müssen wir auch positiv sehen so hier überspringen ja ja Das war's für heute. Gott sei Dank ist er tot. Jo, du hast es gesehen. Ja, hier, gib ihn. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, hier ist alles ein bisschen verwirrend. Da guckt man, da ist die Mülltonne. Ich finde, wir sind schon wieder an tausend Sachen vorbeigelaufen, obwohl wir eigentlich doch eigentlich ganz gut kontrollieren. Deine Gedanken werden kontrolliert. Jegliche unerlaubte Gedankenmuster können mit dem Tod bestraft werden. Naja, war zu ne Abbaubar, aber dich, dich, dich mach mal doch tot. Das war seine letzte News. Das ist breaking news in der Sonne. Verbrechen gegen die Dämonenherrscher sind schüttend ab. Du schüttend wirst du sein. So. Ich bin Bob Banzas. Ich verrichte nur Gottes Werk. Wie bin ich kein Freund von Gottes Werk? Oh, nee, Elementkacke hier. Hab ich doch am Anfang gesagt, dass ich vorstelle, dass die nicht so sind. Hier. Die sind wohl, ich hab ja gar keinen Bock. Die sind wohl, ich hab ja gar keinen Bock. Die sind wohl, ich hab ja gar keinen Bock. Was hab ich grad geöffnet? Was ist denn hier drin? Ich bin auch so in der Köcke. Ich bin auch so in der dritten Stufe gekommen. Ich bin auch so in der dritten Stufe. Ich bin auch so in der dritten Stufe. Ich bin auch so in der dritten Stufe. Ach so, rote Punkte, okay. Okay, weiter geht's. Können wir hier gleich shoppen, wa? Verbesserungen. Nee, hier Gegenstände. Ich wollte, dass es ihm mal ein bisschen eng wird. Ich hab auch so in der dritten Stufe. Ah, wundervoll. Verdammt, was ist denn da los? Erstmal umkommt, vor wir helfen. Wundervoll. 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 Hör mal auf! Ich muss hier... Ne, warte mal. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war mega gut übrigens, Leute. Yo, Mamma Mia. Das habe ich nicht kommen sehen. Egal, wir sind richtig gut geschlagen, ich bin stolz auf uns. Das hat er verdient. Das war mega gut, ich bin stolz auf uns, ich bin stolz auf uns, ich bin stolz auf uns. Mama Mia. Mama Mia. Okay. 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 Das hat lange gegen den. Aber wir haben schon Kämpfer im Zudkott gespielt. Ich weiß, dass du da bist. Ich kann nicht spüren. Wer ist es? Ich will dich aufsetzen. Leg den Stock hin. Ich werde dir nichts tun. Außer du gibst mir einen Grund. Bist du auch ein Gefangener von Mundus? Nein. Ich komme von oben. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Turm gelange? Zum Turm. Warum? Ich will den Dämon töten, der hier das Sagen hat. Wirst du mir helfen? Ihn töten? Ja. Ich werde dir helfen. Wenn du mir zuerst hilfst. Na, erzähl schon. Okay. Wir haben einen Freund gefunden da unten. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe was da mal alles versehen. Wir haben einen Schlüssel nur versehen. Geht voll klar. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Tschüss. Euer Christian. Ciao.